Noch hat Recep Tayyip Erdogan jede Wahl gewonnen. Doch bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag könnte es eng werden. Hunderttausende Menschen kommen zur Abschlussveranstaltung des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Muharrem Inche in Istanbul. Einen Tag vor den Wahlen präsentiert sich Inche erneut als Kandidat der gesamten Opposition. Auch Inches Kundgebungen in der Küstenstadt Izmir und in der Hauptstadt Ankara hatten an den Abenden zuvor Hunderttausende angezogen. Erdogan tritt ebenfalls in Istanbul auf, entscheidet sich jedoch für mehrere kleinere Auftritte. Der 64-jährige Staatschef zeigt sich siegesgewiss. Bei den Wahlen wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. Erdogan ist zwar klarer Favorit, doch er könnte in der ersten Runde die absolute Mehrheit verfehlen. Dann müsste er am 8. Juli in die Stichwahl, vermutlich gegen Inche.